Willkommen beim Zahnimplantatzentrum Wien. Unsere Zahnarztordination befindet sich fußläufig erreichbar in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Sie besuchen uns mit dem Auto? Geben Sie in Ihr Navigationsgerät die Adresse Karl Popper Straße 8 ein. Am Ziel stehen Ihnen auf beiden Seiten der Karl Popper Straße Parkgaragen zur Verfügung. Im Zahnimplantatzentrum Wien kümmern sich sechs Ärzte sowie ein großes Team aus bestens ausgebildetem Fachpersonal um ihre Zahngesundheit. Unsere Schwerpunkte sind Schmerztherapie und Notfälle, Zahnerhaltung, Zahnchirurgie, Zahnersatz, Zahnästhetik sowie Prophylaxe. In der Ordination Dr. Deak erwartet Sie moderne Zahnmedizin auf höchstem Niveau. Besuchen Sie uns für ein persönliches Erstgespräch. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Lächeln. Dr. Dbellen